Mit den Magdeburger Halbkugeln demonstrierte Otto von Gehrecker 1654 auf dem Reichstag in Regensburg und 1657 am Hof des Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Die Wirkung des Luftdrucks bewies damit die Existenz der Erdatmosphäre und widerlegte auf leicht nachvollziehbare Weise den sogenannten Horror-Vakui, wie das sieben Jahre zuvor auch schon Blaise Pascal mit seinem weniger anschaulichen Experiment Leere in der Leere getan hatte. Gehrecker wiederholte das Experiment 1656 in Magdeburg der Ablauf des Experiments. Gehrecker legte zwei Halbkugelschalen aus Kupfer mit etwa 42 cm Durchmesser so aneinander, dass sie eine Kugel bildeten. Zwischen den Kugelschalen diente ein mit Wachs und Terpentin getränkter Lederstreifen als Dichtung. Anschließend entzuck er dem so entstandenen Hohlraum mit der von ihm erfundenen Kolbenpumpe über ein Ventil die Luft. Der Luftdruck, der nun nur von außen auf die Kugel wirkte, drückte diese so stark zusammen, dass sich diese selbst mit 30 bzw. 16 Pferden nicht mehr auseinanderziehen ließ. Die Halbkugeln konnten erst wieder getrennt werden, nachdem durch das Ventil wieder Umgebungsluft zurück in die Kugel gelassen worden war. Die physikalischen Zusammenhänge Die Kraft, die die Halbkugeln zusammendrückt, ergibt sich aus der Fläche, die vom Dichtungsring eingeschlossen wird, multipliziert mit der Luftdruckdifferenz zwischen dem Inneren der Kugel und der Umgebung. Der normale Luftdruck beträgt N bar ist gleich 0,1 Megapaskal. Es müssten 13.850 N aufgebracht werden, um die Halbkugeln zu trennen, wenn in deren Inneren ein perfektes Vakuum herrscht. Wie gut das Vakuum war, das von Geriches Luftpumpe erzeugen konnte, ist jedoch nicht genau bekannt. Aus mechanischer Sicht ist zu bemerken, dass die effektive Zugkraft der Pferde nur von einem der beiden Gespanne aufgebracht wird. Es wirkte also im historischen Experiment nur die Zugkraft von 15 bzw. 8 Pferden. Das andere Gespann dient lediglich dazu, dass sich die Versuchsanordnung nicht in Bewegung setzt, und hätte durch das Anbinden der Seile an einem Baum- oder Mauerhaken ersetzt werden können. Manche vermuten, dass von Geriches den Mehraufwand von zwei Gespannen für eine eindrucksvollere Inszenierung seines Experiments bewusst in Kauf genommen habe. Andererseits wurde das dritten Enscher-Gesetz erst 1687 veröffentlicht, so dass es auch gut denkbar ist, dass die mechanischen Zusammenhänge einfach noch nicht bekannt waren. Insofern ist das Experiment ein interessantes Beispiel für eine ganze Reihe von naturwissenschaftlichen Fakten, die sämtlich zur Intuition eines gesunden Menschenverstands im krassen Gegensatz stehen. Halbkugelsätze Für seine Vorführungen ließ Otto von Geriches nach und nach mehrere Sätze Halbkugeln anfertigen. Anlässlich der Gründung des Deutschen Museums in München schenkte Kaiser Wilhelm II. dem Museum die Halbkugeln und die Luftpumpe, die zur Vorführung vor dem brandenburgischen Kurfürsten verwendet wurden. Sie sind seitdem dort Ausstellungsstücke. Ein weiterer Satz von Halbkugeln und eine Luftpumpe aus dem Besitz Otto von Geriches gelangte über die Universität Helmstedt in den Besitz der Technischen Universität Braunschweig, wo sie in der Bibliothek ausgestellt sind. Punkt. Heutige Vorführungen Die Otto von Geriches Gesellschaft führt regelmäßig Halbkugel-Experimente öffentlich und in Museen vor. Das Denkmal Am 15. Juni 2002 wurde in Magdeburg die Großplastik-zu-Magdeburger-Halbkugelversuch eingeweiht. Auf dem Ratswaageplatz im Stadtzentrum enthüllten Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper und Otto von Geriches die Großplastik-zu-Magdeburger-Halbkugelversuch. Der Oberbürgermeister hatte zuvor aus den Händen von Dr. Peter Transfeld, Vorstandsvorsitzender der ÖHMI AG, die Schenkungsurkunde für das von dem ebenfalls anwesenden Bildhauer Professor Thomas Wirnig geschaffene Kunstwerk erhalten. ÖHMI war Initiator und Auftraggeber der 5 Meter hohen und 8 Meter langen Bronzegussplastik, mit der aus Anlass des 400. Geburtstages von Otto von Geriches vor allem die wissenschaftlichen Leistungen des früheren Magdeburger Bürgermeisters und Gelehrten gewürdigt werden sollte. 200 Sponsoren und Spender haben dazu beigetragen, die Stadt Magdeburg als Ort des berühmten Halbkugelversuchs Geriches noch bekannter zu machen. Der Halbkugelversuch ist in Form diverser Souvenirs erhältlich. Sonstiges Luftpumpentaler ist die Bezeichnung des Gedenktalers von 1702, dem ersten Gepräge mit der Darstellung des Trennungsversuchs der Magdeburger Halbkugeln. Die Halbkugeln sind Motiv auf mindestens zwei deutschen Briefmarken. Anlässlich des 400. Geburtstages Otto von Geriches im Geriche Jahr 2002 wurden verteilt über das ganze Stadtgebiet Magdeburgs stilisierte Magdeburger Halbkugeln als Skulpturen aufgestellt, die mit verschiedenen Motiven, die sich auf das gesellschaftliche Leben beziehen, bemalt sind. Zum 1200-Stadtjubiläum im Jahr 2005 kamen weitere dieser Kunstwerke hinzu. Es gibt auch Pralinen in der Form der berühmten Halbkugeln. Auf dem Label der Jeans von Levi Strauss und M. Co. wird eine Abwandlung der Skizze Kaspar Schotz verwendet. Die zwei Pferde zeigt die Versuchen, eine Hose zu zerreißen. An der Vorderfassade des Deutschen Patent- und Markenamtes in München sind als Sinnbild des Forscherdranges Magdeburger Halbkugeln montiert.